Jungs, da kommt er! Da kommt er! Maja, sagst du deinen Resort hin! Sonst kann doch grad keiner das machen. Da, du kannst du den Gen-Pair dich machen, bitte! Da, 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 da! Aber Korrupt ist wieder da, oder was? Jaaa... Ist das wieder neue Meta, oder was? Dadurch, dass alle anderen Gen-Perks ja auch genervt wurden, ist Korrupt eigentlich ziemlich stark, momentan. Okay, krass. Also so, Korrupt, Jolt, jetzt ist theoretisch auch Pop wieder mit drin. Okay. Die Meta-Perk-Dinger für James wurden ja alle genervt. Und das von Sadako, wo 200% zurückgeht? Fall of Brine wird auch genervt, glaube ich. Oh nein. Ja, also ich denke, ich denke so, dass die Survivor auf die Hälfte der Map gehen müssen, also durch Korrupt Intervention und Sloppy. Das ist so Basic-Meter, um die du dich nicht kümmern musst. Du musst nichts effektiv dafür machen und das ist ein riesen Vorteil. Ist er weg? Ist er bei dir, Juli, aber? Bei mir, hat Ruin. Geht zu euch Richtung Check. Er stoppt noch ein bisschen rein. Er stoppt immer noch ein bisschen rein. Er michert ein bisschen rum. Er michert. Er michert rum. Er guckt mich an. Ich gehe zum Maisfeld-Gen, der ist fast fertig. Der wird gerade alleine. Oh Gott. Stufe 3 jetzt direkt bei mir. Verdammt. Oh, scheiße. Ich bin auch hier. Absteinen, ne. Dafür war, glaube ich, ich bin schnell auf Stufe 3. Juli, warum sehe ich da keinen Gen-Progress? Weil sich direkt neben Grant zu einem bösen Killer war. Ich dachte, ich gehe mal weg, bevor ich One-Hit bin. War klug, oder? Okay. Ich vermisse, dass der so nah dran war. Ich habe den Chase. War direkt neben dem. Ja, der Gen ist wieder jetzt weg, ne? Ja, Ruin ist nicht... Keine Ahnung. Ruin... Ich glaube, es wäre gut gewesen, manchmal Sachen zu entfernen und neue Sachen zu bringen. Aber du müsstest anstatt schlechte Perks irgendwie auf ein anderes Level zu nehmen, kannst du die auch rausnehmen. Es sind so viele Perks im Spiel. Du brauchst keine Auswahl aus 120 Perks. Ja. Wir haben ja auch keinen Gefallen damit getan, dass es immer wieder drei neue geben muss, in Anführungsstrichen. Das ist ja okay, aber nimm noch drei raus. Lass es so Seasons geben. Es gibt maximal 100 Perks, ja. Richtung Memeling. Unterwegs. Nehmen uns. Nehmen uns. Ich denke, wir finden 10 Survivor Perks, die niemand spielt, so weißt du. Ja. Ey. Er kommt zu dem Gen zurück. Ich riskiere es auch, wenn ich down gehe. Aber den mache ich. Aber er kann sich, glaube ich, eh nicht mehr so richtig stalken. Oh, du guck mich noch ein bisschen an. Hat noch Interesse an der Melde. Ja. Weil er fast fertig ist. Ja, ja, der müsste kurz vorher sein. Ich glaube, vielleicht bin ich 99. Ey. Ich hätte gerne eine M1, muss ich sagen. Nein, jetzt nicht. Jetzt nicht mehr. Oh oh, Julie. Hörst du es? Oh, Maja ist auch vielleicht. Schlechte T3. Ich halte Ausschau-Granz. Ich warne dich. Ja, er kommt hier. Mit der Alu. Ja, er kommt hier. Er geht in die Scheune rein. Er wollte das Window von der Seite. To the window. To the wall. Warum bin ich einzig an dem Gen Julie? Weil wir hier gerade mit Micha zu tun haben. Mit der roten Scheune. Ja. Aber jetzt geht er weg. Ja, jetzt geht er weg. Ja, jetzt geht er weg. Ja, jetzt geht er weg. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Und weiß, das wird nix. Oh, aber er macht trotzdem. Er ist es. Du musst MVP machen. Letzter Ding. Oh, was einen guten Ping er hat. Er kommt aus Deutschland. Bin wieder drinnen, Julie. Für die Blutpunkte. Wisst ihr, ich muss jemand heilen für meine Quest. Aber ich habe nie jemand geheilt. Er loopt sich gerade selbst. Er ist allein im Jungle Gym. Er trainiert. Er zu rennen da weg. Sag, wenn er zur Scheune geht, ja? Weißen nichts anderes. Der Map. Ja, der muss ja erstmal wieder wie ein großer Storm. Ja. Er ist dann neben dir. Achtung, hast du andere, Julie? Ja. Aber brauche ich doch gerne jesig sein. Aber bei mir. Ja, ich glaube. Aber ich habe auch andere. Let's go. Oh, direkt. Er will dich, Julie. Er will dich. An der Scheune. Ach, weil ich Obsession bin. Ja. Ey, da ist immer Obsession. Ich weiß. Er ist gerade bei der Scheune. Er guckt beim, er guckt gerade Scheuneausgang. Er stalkt ein bisschen. Wenn du zur Scheck kommst, Julie. Ja, er kommt jetzt auch. Wir drei könnten raus. Er kommt jetzt auch zur Scheck. Ja. Dann lass ich mich stalken, damit er dich tötet. Ja. Warte, was? Lass uns alle gleich stalken. Lass mal nicht machen, Jungs. Lass mal nicht machen. Lass mal nicht machen. Wenn Julie kommt, Julie. Ich bin da. Ich bin da. Hallo. Oh nein. Was ist denn hier draus? Lass mich raus. Jungs, er kommt. Da ist er nicht. Eben. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Jungs, lass mich raus. Jungs, die misst mich raus. Das ist möglich. Ich gebe euch mein Wendt. Ich gebe euch mein Wendt." SchlauQué3 Lass mich raus, Jungs. Hey, Emma. Ich komme��. Komm her! Meier, komm! Duli, komm! Nein, nein, nein! Was? Wie ist das denn? Jetzt sieht's aus wie ein BM, du Schild! Ja, jetzt sieht's aus, ob wir hier liegen gelingen. Du Asics ist ein Name. Duli, ich würde dich doch niemals töten. Ach man, wow. Jetzt sieht's toxisch aus. Ja, toll. Jetzt werden wir uns sofort nicht vorstellen. Nein, ich bin schuld! Ja, du bist schuld! Wir wollten dann gehen! Wenn du es noch nicht gekommen! Ich kann doch Duli das nicht kaufen! Was? Wegen dir sehen wir jetzt toxisch aus! Naja, ihr, ich bin ja raus! Na, ja, das war das Problem! Sorry, Kill! Mann! Ich hätte da durchgezogen. Ich hätte ihm den Kill gegeben. Ich muss nicht verantworten, richtig? Und dann musst du mich angucken. Ja. Ei, das ging fix. Naja, die hat tödliche Verfolger. Komm jetzt an Haken, falls es wieder Scurge wird hier. Kein Scurge. Die wird halt Info-Dinger spielen alle. Die haben Dead Hard nach dem PGB noch mal genervt. Ähm... Also jetzt noch mal. Du kriegst Dead Hard jetzt nicht mal mehr, wenn du wen anhuckst. Nur noch, wenn du anhuckst. Ich hab Jack, wir hätten es doch gerade bekommen im Discord. Ich werd mal gucken. Ja, nur wenn du hinkst, nicht mal mehr führenden Anhuck bekommst du das. Achso, ich dachte beide kriegen sie jetzt. War ja zu stark da. Ja, genau. Es war, Hauptsache irgendwer wird anhuckst. Also entweder du anhuckst oder du wirst anhuckst, dann kriegst du... Es ist ja noch schlechter, als es ohnehin schon war. Die hängt mich in eure Richtung. Und neben euch eigentlich. Äh, das ist wirklich full trash. Kommt sie auch zu euch. Dankeschön. Hören sie einfach daneben. Ja, kann man mal machen. Lauf Julie. Lauf du auf. Sie geht wieder auf mich, aber trifft nicht. Ne, sie muss aber nachladen. Kannst du dich heilen, Julie? Ja, ja, ja. Alles Gucci. Alles Gucci. Bin an dem von dir, Essex. Jo, die kommt zu mir. Die Leute waren auch sehr weit. Die sind auf den Berg. Die kommt zu mir, wenn ich jetzt Pech habe, holt sie mich aus dem Schrank. Was? Die poppt mein Jen. Die muss doch nachladen. Oh Gott, die holt Julie jetzt aus. Nein, sie sucht mich. Soll ich auf den Schrank sein? Nein, bitte nicht, Grintz. Die weiß, dass ich irgendwo bin. Vielleicht guckt sie gleich wirklich nicht. Ne, sie geht weg. Okay. Oh nein. Ich musste ja Essex retten. Stimmt. Eiserne junge Frau. Das hätten wir aber auch. Uli, dann renn zu dem Jungle Gym hier neben dir. Okay, links. Danke. Danke, Grintz. 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 Grintz bist du. Das ist der Hut gewesen. Ich glaub auch dein Hut bei. Der will aber dich. Ja, aber Iron Maiden ist jetzt abgelaufen. Scheiße. Die war das wieder. Der war noch nicht fertig. Der war 90 Prozent. Grintz. Warum machst du den nicht fertig? Weil die dann kam. Kein Argument. Wie sollen wir den dann fertig machen? Ihr seid krasser. Drew, aber warum sollen wir das? Ja, aber Grintz hängt. Du kannst mich auch direkt ansprechen, sonst kann doch grad keiner das machen. Also, Dalu, kannst du den Gen fertig machen, bitte? Dalu, 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 Dalu. Dalu, Dalu, Dalu. Dalu, Dalu, Dalu. Dalu, Dalu, Dalu. Weiße, dann macht man hier für Juli noch alles. Tank und so. Getank, du wolltest mich halber blocken, Grintz. Das war mein Hut. Haha. Oho. Nice. Ich zieh sie weg, Grintzy. Sehr gut. Ich geh mainbälen. Lock sie zur Shake. Mach ich? Lock sie wirklich zur Shake. Komm her, komm her zur Shake, komm zur Shake, komm zur Shake. Juli, ich bin hier außen, komm her, du kannst mir helfen. Nein, ich mach doch nicht. Was war, oder was? Nein, ich wollte da eine Falle anbringen, sie tritt dagegen. Haha, lustig. Ich mach dich schön an. Die hat Terminus dabei. Ich denke, ich hab mich heilen. Geht ja nicht. Das geht ja nicht. Das war sie terminiert. Dann musst du da aufmachen, Juli, kannst du da aufmachen? Mache ich. Grintz und ich mach eine Tür auf. Ich mach gar nichts. Mach selber. Soll ich aufmachen? Ja. Wir sind alle raus. Haha, Entschuldigung, ich bin auch noch da. Freunde. Terminus, wir können nicht mehr helfen. Oh. Das war's mit Essen. Ich muss ihn eigentlich noch mal retten für meine Quest. Ja, komm mit deine Quest. Du musst deine Quest, Quest, Quest. Terminus läuft nicht ab, Emilie. Heil mich hoch, Juli. Juli, du musst umzielen. Es geht noch nicht. Juli, denk an deine Quest. Mich zuerst. Gegen Terminus. Juli. Aber du bist doch auch voll. Gegen Terminus. Guck mal, wie hoch mein Hut einfach ist. Es geht nicht. Aber wir haben dich doch auch geht. Hey, du musst links klicken. Grants hast du mal stehen. Lass mich dich mal hier hin. Danke. Jetzt geht's. Hä, das ging nicht am Side. Nein, ging nicht. Juli trollt wieder rein, ey. Ihr trollt. Und du hast den größten Hut, ey. Aber die kommt, ne? Die wird uns rauspressuren. Nein, da müssen wir reinlaufen. Ihr müsst reinlaufen. Ihr müsst reinlaufen. Juli, du musst auch reinlaufen. Juli will Essex sterben sehen. Lauf rein. Du musst ihn, glaube ich, retten, Juli. Grants, du musst sie durch. Grants. Ja, sie ist aber hinter mir. Was soll ich machen? Juli, du musst dich beeilen. Ja, ja, ich renn schon. Ich galoppier. Essex, halt durch. Boing, durch. Jetzt nicht verkacken hier. Ich bin am Looper. Ich hab sie noch mal abgelenkt, Juli. Träumchen. Ada, komm zur Rettung. Grants, kannst du? Ja. Ja, Ada ist da, aber Grant hat eigentlich andere müssen. Was ist das für eine Sackgasse? Oh mein Gott. Okay, Grant, das ist natürlich geil gebaut. Was ist das? Was ist das, ey? Oh, scheiße. Was ist jetzt hier? Was ist da passiert, Jungs? Ja, hier ist eine übrige Sackgasse. Ist eigentlich noch, eigentlich noch alles easy. Das ist geil. Die Map-Design-Dinger manchmal sind so wild. Sie lebt nach? Zu spät, Asics? Ja, der war Remain, da kann ich nicht gut gespringen. Juli, Juli, Juli. Ja? Kommst du mir? Ja. Einfach anhucken? Ja. Okay, jetzt gehen wir einfach zu Grant. Könnt ihr enttanken? Gehen auch zwei, Juli, gerne. Schade. Heg mich auf. Ich bin tot sonst. Ja, mach ich. Weg, Juli, weg, weg, weg. Ja, will sie mich aufheben? Ja, einer kann Renz aufheben. Also, Juli sollte Rennen. Juli dead hard. Ich hab keins. Wieso nicht? Was? Das ist doch noch kein Patch. Wir haben sie noch nicht runtergeladen. Okay, weiter. Warte, ich hab ein Breakable. Oh. Ich krieg jetzt einfach zu raus. Ein Schuch, ein Schuch. Ich werd noch der Hero der letzten Stunde. Ich geh halt hoch. Haha. Kriech, Grimm. Kriech, Grimm. Ich heil mich hier so, dass mein Kopf um die Ecke guckt. Ich hab alles versucht, Freunde. Mach jetzt, heb ihn auf. Ja, aber ihr könnt raus, eigentlich. Hebt doch Grimm's auf. Grimm. Juli, nein, sie ist hier. Du musst wegrennen. Okay. Ich wurde rausgeschlagen. Du was? Du bist alleine rausgerannt, ne? Ich bin rausgeschlagen worden. Nein, bist du nicht. Wer war dann ausgerichtet? Ey, da kam eine Axt geflogen. Asics ist ein Lüger. Asics ist das größte Schwein. Hast du dafür jetzt Sobs bekommen, oder was? Das... Das würd ich merken, glaube ich. Aber... Warte, wer ist jetzt gestorben? Ich bin gestorben jetzt leider. Grimm's, wir hätten dich auch einfach im Keller sterben lassen können. Das war aber nicht Grimm's, das war Asics. Ach so. Nicht Asics, was soll ich das machen? Ich bin H50, ich will auch nicht sterben. Nein, im Keller hing Asics. Das meinst du, sorry. Weil, Juli, wir hätten dich im Keller sterben lassen können. Na, weil er jetzt eh tot ist. Ja, ich war gar nicht im Keller. Ja, er war ja doch gar nicht tot. Ach so, stimmt. Asics war, okay. Wir hätten Asics sterben lassen müssen. So, ich war ja doch ganz anders.